Hallihallo und herzlich willkommen beim Weltbesten Ao Kuang, der übrigens nicht youtube.com slash oraios heißt, sondern youtube.com slash der Arrow, die Arrow, Link ist in der Videobeschreibung und ihr seht das matcht aus seiner Perspektive, wie ich im letzten Video erklärt habe. Ja, und der Feedback war ganz so gut in Ordnung, oder? Ja, super, die sagten alle mehr. Die sagten, dass deine Plays hot sind. Deine Plays sind wohl mehr hot. Und sie haben sich gewundert, dass ich mit Rama-3-Schüssel getroffen habe. Naja, sonst hat man endlich mal gesehen, wie gut du bist. Ja, wenn ich nicht unter Frame-Aid leide, ne? Ich werde meine 2 nicht levelen, weil ich die irgendwie unnötig finde. Okay. Wir haben den Highlight, ich brauche keinen Lifestyle auf der alten Bound. Nerd Dream. Da spricht der Mann. Mein Kater springt mir wieder auf den Schoß. Kibo, Neve, Terror, nervig. Wird ja eine witzige Runde. Also, wieder aus meiner Sicht. Und er spielt am Kabel rum. Natürlich spielt er am Kabeln rum. Das ist mein Kater. Ah, Hibo, das war daneben. Das ist ein Treffer, Hibo. Kass dir auf. Ja, schön gemacht. Oha. Wie sie uns halt Haares haben wollen. Ich gehe euch so vor, ich habe in 2 Sekunden ready. Ja, da habe ich wohl den Pillar zerstört durch den Sitation Bolze. Ich glaube, ich werde krank. Du glaubst es? Ja. Let's not do that again. Rage the glow. Heini. Nimm mal den lief, die ein Päffnuss auf Koda machen. Oh, habe ich das Ding wieder kaputt gemacht, Terra? Wie sehr nervig ist das denn inzwischen schon? Ich glaube, die ist vom PC gerade am eskalieren. Vielleicht hat sie ja Patchen uns nicht gelesen. Oh. Da gehe ich halt wieder. Ich würde mich freuen, wenn wir mal Abarth machen würden. Oder Damage oder was anderes. Ja, wir müssen ein bisschen Druck machen. Wir sind gleich Level 5 auch. Lass die kleinen Minions beim Damage machen und dann zum Blue gehen. Dann haben wir XP. Ich lagge gerade. Ich auch. Glaube ich. Ich habe einen Heal, der niemals ankommt. Ich versuche mit meiner Kette zu stehlen. Oder beruhig ich selber. Und wir haben den Damage. Okay. Und Rage steht da hinten und versucht zu snipen. Ja, da war so viel. Ich habe sowieso kein Mana gehabt. Hast du jetzt mein gutes Aegis gesehen? War super. Ich habe nur gesehen, wie ich gestorben bin. Du meinst hinter dich. Du nehmst es Level 4. Achso, okay. Achso, meinst du es nicht so einfach. Ich dachte Basic. Ich bin weggeglocken. Jetzt ist die Fun. Ich bin weg. Ich baue es direkt. Gut. Ich warte auf 20 Gold. Okay, jetzt komme ich. Kommst du mit? Ähm. Wir hätten wahrscheinlich in die Ecke kommen. Nein. Ah, Terra, guck mal auf mir. Ich habe jetzt Ulti. Okay, sind ganz nett. Ich habe ein 12 Sekunden-Ult. Haben die alle Beats? Ja. Das ist traurig. Na, Terra nicht. Ja, war. Hm. Na, Bersel ist nix, ne? Ist nur ne Terra, ne? Die wird auch platzen. Glaubst du? Dann bringt sie mal zum Platzen. Aber da ist doch die anderen Ult, wenn du möchtest. Nein. Die haben Weht. Oh Gott. Ja, das ist meine Logik. Haben die ihren Blut schon gemacht? Ja. Ja. Also wenn ich schon Damage habe, dann wollte ich eigentlich auch den Kill haben. Nein. Wollte ich noch da bleiben, dann kann ich euch Medi geben. Bleibt da, ja. Ich bedrohe ihn richtig. Ich habe in vier Sekunden wieder so'n schönen Heal. Nice. Ich kleder mal die Beats mit meinen knallharten Fähigkeiten. Das kleder. Mit OP. Dann heet uns doch. Das erhört jetzt hier auf, Terra. Nee, kommt da weg, der Pillar. Machst du nicht, Hibo. Mir ist das zu gefährlich hier. Warum? Oh, ich hatte gerade eine Leckspitze. Ja, ich auch. Ich auch. Wir hatten beide zusammen. Nice. Die hätten man immer gerne, wenn man gerade nach vorne geht. Wenn ich mir immer, boah, jetzt eine Leckspitze. So, wie nah bin ich denn schon an Itchival? Ah, der war noch ein bisschen. Ach, das kann man nicht klopfen. Okay. Noch. Kommt noch. Los, Ultetera. Ich hab kein Follow-up bekommen. Jetzt bin ich traurig. Hi. Hi. Niv denkt sich jetzt so. Give a fuck shit, ich bleib jetzt so. Hehehe. 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 Der kommt bestimmt genau Taller drauf. Und dann töte ich ihn mit meinem nicht vorhandenen Quiz. Wollt ihr den Blue-Buff machen? Ach, klar, ich kann machen. Okay, aber der, der warfstirb. Ah, so Quatsch. Was ist mit der Niv los? Ich glaub, die wollte sterben. Ich war ein bisschen verrückt. Du musst dir jetzt einfach Medi geben dafür, ne. Du brauchst doch kein Ramedi geben. Aber ich geh trotzdem weg. Ach, ihr lässt mich alleine. Ja. Bin ich nicht so cool. Noch Zeit zu gritten. Zeit zu gritten. Das ist auch so P-Waveclear. Das sind meine Gegner. Wie fritten. Warum ist Hebo Level 9? Warum krieg ich keine Stacks mehr? Bist doch eh fast getroffen. Hast du fast getroffen, Terra? So viele Fragen. Ich hör mal hier das hier drauf. Das probier ich jetzt auch. Töte es doch. Du hast keinen einzigen Out-Attack getroffen. Ich war auch zu weit weg, du Nase. Du hast nicht genug gesloat. Okay. Nee, ich will nicht mehr. Ich seh sie zwar nicht, aber egal. Scheiße. Einfach mal random ulten. Wenn wir sie nicht sehen können. Ist ja auch random geultet. Hat auch nicht geklappt. Ja. Hat mal ne Reichweite inzwischen überschützt. Die wird einem ja auch nicht dick angezeigt. Die wird einem ja auch gar nicht dick angezeigt als alles. Nee. Nicht wenn man es auf Instacast hat. Willkommen auf der Lade. Ich bin nebenweg. Ja, sofort rein, Nash. Dann glaubt das auf Terra. Hast du richtig erkannt. Noch kauft sich keiner von den Anti-Heal. Ich denke... Sehr glücklich. Oh nein, ich muss sagen, was mach ich nur. Irgendwas hat mich aufs Geld angeschrieben. Oh Gott, oh Gott. Okay. War null. Ja. Macht Spaß, Terra zu spielen, oder? Ach, du hast 50, okay. Klar. Sollte ihr auch alles. Also wer hier sieht, Navig ist voll der gute, ey. Ich bin grausig. Naja, bisher noch ganz in Ordnung, ne? Der schlimmste, der kauft nicht. Ey, was willst du mein Wort zerstören, ey? So, Rage ist fertig, jetzt geht's gut. Jetzt gleich kommen lustige rote Zahlen. Hoffentlich am Backswim, wo ich nur 25% vom Schaden mache. War da ne Wave? Da war mal eine. Lol. Okay, wo lauf bloß nicht über deinen Teppich, wo der Slogan Cleans laden würde. Oh, Heilung? Leck mich. Ja, kannst du dich auch vorstellen, ich bin die Sanami. Macht's Spaß, Terra zu spielen. Mach den Zauber, bitte. Ja, ich bin trotzdem tot. Ja gut, dann. Das war, glaube ich, nicht so gut. Also wir haben den Tor bekommen. Ja. War ganz in Ordnung. Ich hab da Huti-Huti jetzt fertig. Ja, alles ändert sich, wenn ich Blink hab. Alles ändert sich. Und hat unser Aris kein Blink? Weil ich Medi hab. Whip! Da rennt unser Ritter. Go Aris! Go Aris! Ein normaler Aris wird jetzt rein blinken und töten. Unser Aris... ...tötet einfach was. ...tötet einfach was. So, da wir ja hier Joust spielen, der ganz wichtige Joust-Tipp, wenn ihr ein Hunter spielt, ist, ...irgendwann im Match, egal wann, ...sobald ihr das Gefühl habt, die Gegner wissen nicht, wo ihr seid, ...einfach zum... ...Hingehen. Hilfe! Und im Notfall den Support sterben lassen. Also ich sag nur, wenn irgendwer kommt. Aber Hebo ist Missing, ne? Aber wir haben ja eh Wurst. Also... So, und das sind die geheimen Künste in Joust. Das war richtig hart und schwer. Ich hab auch lange gebraucht, um diese Taktik zu entdecken. Weiß auch nicht, ob sie mit Bugs behaftet ist. Kappa. Kappa, 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 Kappa. Einmal Beats draußen. Alles ist okay. Naja, besser ist nix, ne? Wir wollen mich nicht gehen lassen. Wir lieben mich zu sein. Äh, ja. Ey, komm doch her, ich werde mir nicht. Ich hab Pipi in der Hose, wenn da ein Himo ist! Jetzt können wir eigentlich den hier machen. Können, ja. Dann müssen wir es. Warte, ich hab ja das trafen. Wir können Titan... Nein, 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 nein. Ich hab noch keinen Fatalis, ich hab noch keinen Death, ich hab noch keinen Titan-Spiel. Das inner, das inner ist ja auch nichts. Ich kann sogar einen Titan töten. Bin schwach. Komm doch mal an, ich bin halb tot. Oh, ein Blubuff. Ich hab blinken, ich werde jetzt rein blinken. Ach, toll. Ach, die hat ja noch Beats. Toll. Lol. Aber die haben endlich Antille gekauft. Deswegen fangen sie mit an. nicht sterben. Ja, ich hab ja keinen Pin. Ja, ich hab ja keinen Pin. Ne. Aha, das hier ist richtiger Heino. Er ultet weg. Die Popohonishibo hat weggeultet. Izanari, bist ja wieder da. Ja, da bin ich wieder. Machst schon wieder Fire Giant? Nein, nein, nein. Ist der Bull Demon, ne? Korrekt. Das wird auch richtig lange dauern. Ich steal ihn jetzt. Fuck, Gegner, ich hab kein Aegis. Aber ich hab Ulti, guck. Und ich hab Schiss. Warum? Die nicht gut gelöscht, glaub ich. 4-0-4-9, not found. Ey. 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 Dein was? Das ist das Spiel in der Junge. Nie tötet euch sonst auch. Das ist ja klar. Oh. Siehst du wieder voll ausgespielt? Das ist Level 12. Das ist Level 12. Wow, BM. Ey, lass den Titan in Ruhe. Der stirbt sonst. Das tötet Titans. Aris. In der Fronten, verdammt. In der Fronten, verdammt. Ich fahre jetzt die Blue Buffs, Recall und dann hab ich vielleicht Fatales. Und dann sterbe ich einfach Anipa und wir verlieren das Spiel, weil ich euch gesagt hab, gar nichts zu beenden. Ja, ich geh jetzt mal back. Ja. Beste UL. Beste UL. Beste UL. Hallo, wir hätten hier reingelaufen, wir hätten alle getötet. Manchmal muss man halt gambeln, wenn man winnen will. Beste UL. Neu mal kein Fatales. Ich hab den Titan in Ruhe. Don't help me. Das wollte ich nicht, tut mir leid, Titan. Oder soll ich UL. Dezoy Spawn stattdessen kaufen? Ey, ich nehm mal den Damage-Buff. Nur Dezoy's. Ne, ich will Fatales. Wow, viel Spaß. Ich geh jetzt beim Red Buffs, bis ihr respawnt. Du hast gesagt, ich soll ihn nehmen. Einen? Ja. Du wolltest mir nie über die Lippen gehen. Außer beim letzten, aber da hatte ich ja auch noch Blue. Wound of the Ra, den ich haben. Kacke ist. Appealt nie für mich. Wollen wir jetzt benden? Hehehe Hehehe. Hehehe. Jetzt sagen wir mal, komm, wir haben's geschafft. Komm, Herr Fatales. Ich musste noch meine passive voll machen. Hehehe. Ich steh bei dir in den Brunnen. Nice. Ich hab 13 Asis. Du hast einen Respawn. Das war ein spannendes Spiel. Kann man nichts sagen. Ich hab Odysseepunkte bekommen, äh, Odysseepunkte. Nice. Ja, der Playerdamage war ja bei den, ja, Terra, Terra ist useless geworden, hab ich das Gefühl. Vorher gegen Isanami. Vor allem wegen Basics. Ich meinte, Master, den Stein ja so schnell weg, so schnell kann ich ihn gar nicht setzen. Gut, dann darfst du dich jetzt noch bei den Zuschauern verabschieden. Äh, tschüss Zuschauer. War schön, dass ihr da seid. War schön, dass ihr da seid. Wunderschönen Tag und wenn es Weihnachtszeit ist, dann hoffe ich, dass es trotzdem nicht schneit. Lass es stehen. Ciao.